Guten Morgen, Bosses! Heute leider leider mit Handy, weil meine Kamera gerade in der Werkstatt ist. Finde ich sehr schade. Heute bei dem Wetter ist es etwas schwieriger zu vloggen, aber wir werden es trotzdem tun. Wir sind Alba und ich. Alba und ich sind auf dem Weg zum Schnitt. Ich habe für Dena bzw. Feelings von Alana schon die Follow-me-Reports geschnitten. Wir haben heute die erste Abnahme für ZDF-Info. Die Dokumentation mit Felix von der Laden arm oder reich. Wir sind gespannt, wie es läuft. Vloggen im Regen ist richtig doof. Die erste interne Abnahme war sehr produktiv und mal gucken, was Felix gefallen wird. Ich möchte jetzt noch mal darauf hinweisen. Es ist August 2017. Sommer. Mir ist kalt, es regnet den ganzen Tag. Der Wettermann heute Morgen hat gesagt, es ist so ein Tag, wie auch im November oder nein, zu Weihnachten sein könnte. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich das mache, warum ich euch mit in den Schnitt nehme. Ich möchte euch gerne zeigen, dass ich nicht nur Yoga-Lehrerin bin, dass ich nicht nur mich im Wellenreiten versuche und versuche guten Yoga-Unterricht zu gestalten, sondern dass ich auch eine Hundemama bin, eine Ehefrau und in meinem früheren Leben habe ich fürs Fernsehen gearbeitet habe, viele Jahre lang. Schneiden und Film und Storytelling sind meine Leidenschaft und deswegen möchte ich euch gerne mitnehmen, damit ihr seht, dass es noch andere Sachen gibt, außer Yoga in meinem Leben. Und das meine ich überhaupt nicht wertend, sondern mein Leben ist halt so. Sonst habe jum��릴게요. So.